Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Wir haben gerade mit André gesprochen und er hat uns gesagt, der Ritter kommt aus Spanien. Mehr konnte uns, dass er vieler war. Also er konnte uns die Familie sagen, aber er glaubt nicht, dass es hier existiert. Aber wir werden trotzdem einen Flughafen aufsuchen. Vielleicht können wir ja nach Spanien fliegen. So. Airport. Unser Pott. Und ja. Loch Mahn ist ausgegraut, Mario hat es auch gehört. Wähler der Vaskolos. Vaskos wieder CD2. Ist ja nicht so, als hätten wir die in den letzten Folgen gewechselt. so knack knack so schön laden bitte weil schwarzes bild ist langweilig ich bin kein architektur student aber das kleine gebäude sieht alt aus ob das vielleicht so eine art da ist jemand zum reden talk ist dies das haus der familie de was concellos wer will das wissen ich hatte das deutliche gefühl diese alte stinkstiefel würde ärger machen ich heiße george stobbert ich habe mich gefragt ob das haus ist nicht für den publikumsverkehr geöffnet ist das hier das haus der de was concellos und was geht sie das an senior hören sie ich möchte doch nur einmal mit dem haushaltsvorstand sprechen es gibt hier keinen haushalt nur die gräfin und mich was wissen sie über die tempelritter wer will das wissen spekulieren sie auf eine kleine bestechung oder sowas es gibt nichts was sie mir bieten könnten senior außerdem vergnügen ihrer abwesenheit der typ schirmte die gräfin offenbar vor der ganzen welt ab aber warum erzählen sie mir doch etwas über die gräfin de was concellos sie empfängt keine gäste das ist alles was sie wissen müssen sie wissen doch noch nicht einmal worüber ich mich mit ihr unterhalten sie hat ja wohl kaum in der lotterie gewonnen oder nein nein sie hat nicht in der lotterie gewonnen ein etwas gewitzterer mann hätte jetzt behaupten können dass sie gewonnen habe oh ja sicher hätte er was hätte er tun können und dieser gewitztere mann wäre dann vom grundstück vertrieben worden die gräfin spielt nicht in der lotterie ist gut dass ich die wahrheit gesagt habe ich schätze diese rote nase wird ihnen nichts sagen ich habe ein ähnliches werkzeug um die installationsschächte auf dem anwesendsten zu öffnen haben sie irgendeinen verwendungszweck für eine handvoll gips nein was halten sie denn hiervon so ist das also sie sind vertreter nein wenn ich medizinische geräte verzocken wollte wüsste ich aber bessere orte das können sie mir glauben möchten sie mir gerne die hand schütteln das glaube ich weniger senior schauen sie sich diesen stoff an das ist ein lappen mit irgendwelchem schmierigen zeug drin ja das stimmt genau haben sie schon jemals eine solche linse gesehen nein senior niemals okay kriegen wir sehen uns da können wir auch nichts machen schauen wir uns das haus etwas näher an der hauptteil des hauses ist schon alt aber nicht so alt wie der schlosstorteil geben wir doch mal einfach mal rein ich bezweifle zwar dass der uns reingehen lässt aber hey sie ja was gibt es würde ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen wenn wildfremde leute einfach in ihre wohnung spazieren würden oder also nein ich glaube nicht dann nehmen sie doch selbst auch ein bisschen rücksicht okay sorry was ich vermutet hat der lässt mir nicht so einfach da rein wir mal nach hier was haben wir denn hier noch schönes da kommt was das ist ein wasserschlauch aber zudrehen ist dann nicht mir widerstrebt der gedanke 30 meter gartenschlauch mit mir herum zu schleppen also lasse ich ihn einfach liegen der schlauch führt von einem geräte raum bis hinunter zum rasen nur da weiß ich zum glück noch aus dem kopf von damals was zu tun ist stellen ihm sein wasser ein wenig ab mein beileidlich mein schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen naja tut mir leid das zu hören es ist immer etwas traurig wenn eine alte tradition endet hatten sie etwas damit zu tun ja sie also ich bin schockiert ich bin zu steiner staat wie können sie so etwas nur denken diese leicht sexuelle anspielung mein schlauch hat aufgehört zu spritzen herausfinden warum mein schlauch aufgehört hat zu spritzen und dazu werde ich in das haus gehen sie jedoch werden keinen fuß in das haus setzen denn wenn sie das täten würde ich ja die hunde auf sie hetzen ok ich will jetzt trotzdem mal in das haus ich will zur gräfin ok ok Hey, sieh da, auf der Treppe! Entschuldigung. Ups. Ich weiß, wie das aussehen muss, aber... Schauen Sie, Senior, alles, was ich will, ist ein friedliches Leben. Ein Leben, in dem keine verrückten, einbrechenden Ausländer vorkommen. Sie verstehen? Ja, ich... Ich wollte ja nur die Toilette benutzen. Gehen Sie jetzt, bitte! Okay, ich gehe ja schon. Ich glaube, mit dem werde ich kein Freund. Neuer Versuch. Da hinten sind die Hunde. Stecken wir uns doch mal hier. Die Rüstung hat etwa meine Größe. Ich stelle mir kurz vor, wie ich sie anlege und dann losdröhne, die Gräfin besuchen, während der Gärtner hilflos außen dran hängt und versucht, mich aufzuhalten. Abgesehen davon, dass er dämlich und undurchführbar ist, wäre das ein prima Plan. Hm, ich gehe vielleicht doch erst mal zu den Hunden. Dann hin zur Rüstung. Ich verstecke mich hinter der Rüstung und warte ab, was sich ergibt. Hey, Sie da! Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner! In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme! So, und jetzt die Treppe hoch. Die Gräfin. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senior Stobart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass Sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen. Wenn ich nichts finde... Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. Eben, auf. Einverstanden. Bitte, nehmen Sie Platz. Okay. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senior Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Die letzte... Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also, was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter. Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Na, relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögenwert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von innen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. George. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senior Stoppard. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Ach, hallo. Ich muss euch warnen, da ist ein... Sie! Ich werde sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt, wegen dem Verfüttern von Einbringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin. Niemals ohne meine Erlaubnis. Oh, ho, 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 ho. Senior Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwinden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Fangen Sie mir. Kein Sommerhaus. Hey, Senior! Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Okay. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestadt für die Templer der Devas Concellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für Sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Okay, dann sehen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Da haben wir nichts. Das Mausoleum enthält fünf Gruften für fünf der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. Okay, das machen wir dann nicht, oder? Das Mausoleum entpürfelt für fünf der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Okay, da sagt er das Gleiche. Da haben wir eine... Ich komme da oben nicht dran. Kommen wir nicht dran? Okay. Das ist ja klar. Das ist zum Zumachen. Was haben wir denn da schönes? Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Okay, da sind noch zwei Kerzen. Vor dem Schrein sehe ich ein Stehpult mit einer Bibel drauf. Sehen wir uns die Bibel doch mal an. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Was es denn mit diesem Schachbrett oder auch Muster auf sich hat, erfahren wir aber auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt euer Snaker. Ciao. So.